Ja, ich brauche Malbüro und Snickers. Okay, warte. Habe ich jetzt gerne noch eine große Bocke? Ich komme gerade von der Krakop-Dur. Wie ich gerade sehe, wir haben keinen Snickers mehr, wir haben nur noch Maas. Ja, den Scheiße kannst du behalten, aber was ist denn mit meiner... Was für Scheiße, heimald, den doch auch! Geht du hinten auf! Seine Schnauze, ich will meine Bocke mit Sinnfarben. Eine Packung Malbüro, ein fucking Snickers, wo bin ich denn hier? Hey, seien Sie doch froh, Sie haben mir vor wie jemanden... Haben 31 zurückbekommen. Ich will einen Snickers haben, du bietest mir einen Maas an. Fuck, nehm deine scheiß Flosse hoch, du warst da. Ich kann ihn auch noch, warte, ich guck mal grad. Noch ne große und kleine Kondome. Ich hab... Los! Ja, die XXS-Kondome haben wir noch, aber ich kann Ihnen noch einen Twix anbieten. Genopte will ich haben. Was geht ab, YouTube? Hallo, Natchez, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute wieder ein neues Video, aber mal nicht auf Immortal, sondern ich hab meine alten und guten Freunde, die GKs, besucht auf Corleone. Und ich hab mal ein paar kleine Clips zusammengeschnitten und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr wisst, habt ihr einen langen Schlong, drückt die Glocke auf und jetzt viel Spaß beim Bocke. Video. Ach, und noch ganz kurz, nicht wundern, meine Facecam ist ein bisschen dunkel. Ich hab einfach nur so Just for Fun aufgenommen, hatte jetzt nichts Großartiges geplant, deswegen hab ich keine LEDs im Hintergrund, aber ich hoffe, das stört so weiter nicht. Was labert der von stört so weiter nicht? So, einmal die Hände hoch. Ich hab die Namen noch, aber ich hab die Menschen ausgewandt. Du, aber nicht schnauzeig. Was geht ab, Bruder? Shit, alles verknallt. Ich schlag mich noch einmal, schießt ihr in den Kopf. Vor allem, Lio. Hör deine Maske aus. Hör deine Maske aus. Geht nicht mal, ich kann die nicht mal ausziehen, Alter. Ich kann meine Brille ausziehen. Ah doch, jetzt. Ja, perfekt. Perfekt, gut. Pass mal auf, warte mal, wenn ich die jetzt aufziehe. Ich weiß nicht, keiner mehr. Ja, perfekt, danke wieder. Danke für gar nichts. Was ist das für ein Schmutz, Alter? So, wer kommt jetzt aufs mit? Ja, aber jetzt hab ich wieder die GK-Maske auf. Was ist das? Weber kommt mit. Ich muss ja meine Power-Nap, meine Waffe zu haben. Jo, Dirk. Okay, mach das. Wir warten auf dich. Dirk. Ja, wurde aus Versehen, ja. Ich spreche ja immer zu laut. Ich geh jetzt. Hä, ich stehe ja immer hoch. Das war mir zu viel. Ja, Dinges. Was ab, Bro? Wie hieß in deiner Stadt? Bruder, aller Anfang ist schwer. Sky, hallo. Ja, komm, ich stehe. Komm her. Ja. Komm, bist du weg, verdienen wir Geld in der Gegend. Ja, normal, Bruder. Ich hab immer Geld ausgegeben. Was denkst du denn? Ja, hast du schon unser neues Interieur gesehen? Ja, ja, ich hab euch doch genervt. Ich bin da da reingelaufen. Nein, Bruder, hier. Geh mal hier rein. Hier. Wie viel habt ihr bezahlt? 200. Ja, Bruder, was für Küche, Alter. Okay, komm, hier. Das ist doch kein... Drei Eingänge. Hier, reinbeißen Türen, wo man reinkommt. Hat er den Laden auch schon gesehen? Warte. Nee, den Laden hat er nicht gesehen. Komm mit. Warte, ich muss beten eine Runde. Oh, lieber Gott. Amen. Ja, mach doch richtig. Dann mach doch wenigstens so. Ja, warte, so. Jo, übertreibt doch nicht. Mach doch wenigstens so, Bruder. Ja, warte, warte, ich mach so. So, ist auch gut. Also, hallo. Wenn das wieder links sieht, dann falle wieder Kopfschlisse. Boah, darf ich ein Messer haben? Ich will die nochmal abstechen. Komm, komm, lass mal. Komm, ich zeig dir den Laden. Ja, komm. Ja, komm, der Laden ist geil. Ist das der, wo ich gerade eben reingelaufen bin? Ah, okay, krass. Entschuldigung, Bedienung. Warte. Ähm, guten Tag, die Herren. Was, was, was möchten Sie? Kannst hier rausschießen. Falls, wie Sie sehen, die Regale heute ein bisschen leer. Hier waren gerade eben so ein paar orangenen Hobos drin. Wenn die sich hier aufbauen, sie überfordern, dann kannst du die direkt hier alle wegballern. Ja, Mann. Warte, kann man hier durchschießen? Ja, ja. Also, ich suche, ich brauche mal pro Gold einmal. 10 Euro Packung. Die 10 Euro, ja, Moment. Moment, hier. Falls, falls das in Ordnung ist, klaue ich mir eine. Ja, perfekt. Den Rest kriegen Sie, okay. Genau, und da einmal diese Longlife-Batterien da oben am Schrank, weil meine Batterien haben nachgelassen von meiner Fernbedienung. Na, das Problem ist, aber Sie sehen mir nicht so aus, als ob Sie Geld hätten. Doch, doch. Das ist nur meine Tarnung. Ja, dann, dann, dann geben Sie mir erst mal das Geld, dann bekommen Sie es auch. Okay, Moment. Und jetzt geben Sie es nicht dem Danebenstehenden. Ja, bitte schön. Ich, was ist denn das? Habst du dich gerade am Arsch? Wollte ich gerade sagen, Alter, das ist wirklich eine Scheiße, Alter. Warte, ich will es da raus, Gott. Ich bin aus dem Knast. Guten Tag, der Herr. Wie darf ich Ihnen weiterhelfen? Der hier ist sowieso, der hat sowieso kein Geld. Malbüro und ein Snickers. Wie kann das sein, dass er auch, wieso braucht jeder Malbüro? Ja, ich brauche Malbüro und Snickers. Okay, was denn? Ich komme gerade von der Truck-Optour. Wie ich gerade sehe, wir haben keinen Snickers mehr, wir haben nur noch Mars. Ja, ich denke, Scheiße kannst du behalten, aber was ist denn mit meiner... Was für Scheiße, halber, denn doch auch. Ja, okay, ich gebe Ihnen das Geld. Warte, ich gebe Ihnen das Geld. Hier, ich habe Ihnen das Geld gegeben. Ja, seien Sie doch froh, Sie haben 31 zurückbekommen. Ich kann Ihnen auch noch... Warte, ich gucke mal gerade. Noch eine große und kleine Kondome. Ich habe... Los! Ja, die XXS-Kondome haben wir noch, aber ich kann Ihnen noch einen Twix anbieten. Genobbte will ich haben. Warte. Also, Kasse auf, Geld raus. Was ist das denn jetzt? Kasse auf, Geld raus. In pink? In pink. Okay. Kasse auf, Geld raus. Und nicht den roten Knopf drücken. Kasse funktioniert ja leider nicht. Wir haben keinen... Ich will ein Titten-Magazin, will ich. Ich habe mich halt Kondome auch voll machen können. Hä? Aber Sie haben doch gesagt, ich stehe noch Männer. Schwabbel, all zu viel möchte ich da oben. Ähm, Moment. Was halten Sie denn von... Ähm... Mir fällt nichts ein. Ja. Schwabbel, all zu viel. Pussycat. Ja, aber nur einmal, ne? Nachfüllen, ist klar. Ich sehe das. Was kaufen Sie denn sonst noch hier? Was ist das denn, hier? Ein Safe oder was? Ähm, ja, wir haben hier mehrere Saves im Angebot. Jeweils für, ähm... Jeweils für 20.000, äh, Euro. In manchen... Ich habe aber nur die 31, die du mir gerade gegeben hast. Äh, ja, dass das Problem ist, das ist einfach mal so. In den, äh, in den Saves kann... Können 100.000 drin sein, kann auch nichts drin sein. Das ist so... Ach, das ist ein... Glücksspiel. Ah, das ist ein Glücksspiel. Genau. Genau. Das ist aber ein geiles Konzept. Ja, ne? Aber gut, der Herr, dass sie sich einen Slush holen wollten und auf einmal eine Cola in der Hand haben. Super. Ja, da links im Kühlfach, das sah lecker aus. Achso, aber bezahlen tun sie auch noch, ne? Ja, ja. Was für bezahlen? Und nicht mit der Waffe. Ich habe das Geld, Jungs, Luft. Du Scheiße. Äh, entschuldigen Sie, der Herr da oben, kommen Sie bitte da runter. Danke. Gold, der Herr, da ist noch was. Yo, er nimmt mich einfach so. Was, warum steht hier ein grünes Auto? Guck mal hier. Kann man das fahren? Warum kann man das nicht fahren? Und Sky, du musst dir angewöhnen, lauter zu reden. Ey, guck dir mal die Slush-Maschine an, die läuft sogar. Ja, okay, warte, warte. Guck mal, die läuft sogar, Bruder. Bei mir dreht sich ja gar nicht. Die hält immer kalt, Bruder, die hält immer kalt. Die ist außer Betrieb, die ist zu flüssig. Da ist schön Eis drin, Leute. Leute, läuft gar nicht mehr. Scheißhut. Schmutz. Da, komm, ist schon geil, gib's los. Da, die Überwachungskameras, wenn jemand kaut, sehen wir direkt. Ähm, ich habe mal eine Frage, ne? Mhm. Bei diesen Automaten hier, wenn ich da jetzt 50 Cent reinwerfe, meint ihr, ich kriege eine Lebensmittelvergiftung? Weil normal sind die Bonbons doch immer 12 Jahre alt schon da drin. Ja, da auch. Oder der Laden ist neu. Ja, der Laden ist neu, aber ich frage, ob die Bonbons neu sind. Ja, guck mal, alles ist noch randvoll. Die gibt's gerade mal seit vier Tagen. Die kocken ein bisschen beliebter, deswegen ist es schon mehr weg. Ah, ja. Die Erdnüsse, die gefüllten, die machen. Okay, jetzt gucken wir uns mal hier die Gänge an. Scheiße, Mann, was gibt's denn hier so? Eine Dusche. Hier gibt's einfach eine Dusche zu kaufen. Ja, Bruder, das ist dieses neue Bier, ja? Das soll der neueste Renner sein. Scheiße, Mann. Aber hier, Bruder, hier, wir haben auch Tresore zu verkaufen. Ja, ich hab schon, ich hab schon. Äh, Entschuldigung, das ist mein Laden hier. Ich bin der Ladenbesitzer. Und wer bist du, mo' fuck? Ich bin der Ladenbesitzer hier. Bist du nicht, Mann? Halt die Schnauze. Hier ist auch Pisswasser, ne? Vom, vom Fieser-Oji selber, persönlich. Scheiße, Mann, Pisswasser, Beste. Ähm. Wieso denn im Lager, Alter? Warum lagerst du den? Ja, warten Sie kurz hier, ich hol kurz was aus dem Lager. Oh, eine Angel haben Sie auch hier? Ja, ja, wir sind auch, hier, wie heißt das? Ja, Angler. Gehen Sie bitte da an die Theke und warten da vorne, danke. Ja, ja, okay. So, ich lasse mich doch nicht verarschen, wir haben keinen Snickers. Jetzt mach die Ende hoch oder ich knieße den Kopf. Oh mein Gott. Junge, was ist denn da? Scheiße, Mann, entweder du kriegst jetzt ein Mars oder einen Twix. Kannst du jetzt aussuchen, aber kein scheiß Snickers. Äh, was ist denn mit einem Bounty? Ich gebe dir gleich Bounty. Wer Bounty frisst, der ist sowieso ein Untermensch. Scheiße, Mann. So, haben Sie nicht mit gerechnet, ne? So macht man das. Äh, ich hätte gerne bitte einmal, äh... Einmal bitte da oben Pussycats. Wieso rauchen die eigentlich alle? Warum... Hört auf zu rauchen oder ihr seid tot. Einmal Pussycats. Ja. Einmal Amateurteens. Warte, hab ich die noch da oben. Ähm... What the fuck, Alter? Was gibt's denn hier noch so? Pussycats 2, da hinten hätte ich auch noch gerne. Ähm, Teen Queen? Oh, ne Packung... Wie bitte? Teen Queen gibt's auch noch. Ja, das nehm ich auch noch dabei. Und wie gesagt, ne Packung XS-Kondome, bitte mit Geschmack. Ähm, ja, die Pinken, haben wir ja schon gesagt. Die Pinken, genau. Das Problem ist, können Sie das da lesen? Nee. Ja, ähm... Es gibt keine Zigaretten mehr zu verkaufen. Ja, toll. No idea. Ja, ich weiß. Ne, 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 ich seh das Ihnen an, dass der gefälscht ist. Pff, was? Wie bitte? Sie sind doch erst 14. Ich bin 3, 2. Äh, Entschuldigung, Sie sind so hässlich. Sie werden doch niemals in Stich landen. Ja. Ey, Sprappy, ich wollte sofort XS-Kondome, sonst war's. Ich wollte XS-Kondome mit Geschmack haben. Der ist zu hässlich dafür, der wird niemals durch Stich landen. Ja, da gibt's ja niemand in den, hörst du dich, okay? Oh, oh. Dörg, 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 Sie sind viel zu hässlich. Bitte gehen Sie, bitte verlassen Sie meinen Laden. Äh, ja, jetzt geben Sie was einfach mal an. Äh, äh, Entschuldigung. Ja, guck mal, hier ein bisschen haschisch und ein bisschen... Ja, guck mal, hier der erste, der erste Kunde, der sympathisch ist. Nicht wie alle anderen, ich will kippen, ich will kippen. Ich will einfach nur Pussycats und ein XS-Kondom. Hör mal, du kriegst Pussycats und dann kannst du dir mal so eine Brille aussuchen und dann kannst du mal die Brille reingucken und sehen, wie hässlich schwierig bist. Sag mal, mit Tipps und Longpapes kommst du nicht weit, du brauchst noch ein bisschen Glas. Ja, ja, der Mann hier will nichts verdienen. Ja, gehen Sie raus, laufen Sie weg. Was ist denn das? Was will denn mit dem Auto jetzt hier rein? Ich will ein bisschen ganja-Kusch. Hier, warte, warte, ich geb dir was. Warte, hier, bleib mal stehen. Hier, hast du ganja-Kusch, kannst du was kaufen? Verdammte Scheiße, Mann. Aber nur weil du mir 31 Dollar gegeben hast, bin ich kein 31er, Mann. Das war ich immer. Verdammte Scheiße. Hör mal zu, hier. Wo ist dein Laden? Scheiße, Mann. Raus aus meinem Laden, du Viech. Raus aus meinem Laden. So, ich bin jetzt der Türsteher. Ja, wer hier rein will, muss mir Geld zahlen. Äh, okay. Warte. Und das muss ausreichen, sonst gibt's Kopfschuss. Ja, das war so klar, dass das kommt, ne. Ich hab's genauso gemacht, jo. So, hallo. Guten Tag, die Dame. Guten Tag, die Dame. Malbüro Gold. Ähm, ich hätte einmal gerne einen Gutschein. Hallo, ich hätte einmal gerne... Ich hätte gerne einmal den... Ruhig. Hallo, ich... Hallo, hallo. Der Kunde redet... Ja, aber ich bin, ich bin hier der, äh, Hausherr. Ja, lass es mal an. Nee, nee, nee. Also, ich hätte gerne ein... Ich hätte... Entschuldigen Sie bitte. Ich hätte jetzt gerne einmal ganz schnell... Ich hätte gerne einmal einen Gutschein für die Waschanlage, bitte. Äh, warten Sie, ich chippe das mal kurz hier, äh, in meine Kasse. Und dann hätte ich gerne einmal Malbüro Gold. Ach so, rauchen Sie jetzt doch. Nee. Aber ich kauf den einfach weg, damit die anderen es nicht mehr kaufen können. Ja, bitteschön. Dankeschön. Wegschmeißen damit. Weg. So, ist weggeschmissen. So. So. Alle, alle raus aus dem Laden. Raus aus dem Laden, oder? Kein halt. So, jetzt. Ja, weil ich kenne hier so Mad-Leute, die treten mich runter und klauen das dann. Ja, guck, genau das macht er. Sehen ich meins, aber okay. Ja, kurz klaut er da hins. Ja, das ist meins. Ich gebe dir die Erlaubnis, das zu haben. Ach, Bruder, der hat mich drückt. Hat jemand meinen Ball gesehen? Schieß ihn einfach runter. Ich gebe dir 100k. Nein, Bruder, das zu wenig. Ja, komm mal mit, komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Komm mal. Ja, jetzt willst du mir das Interieur zeigen. Ja, komm mal, warte. Ja, habe ich mir schon angeguckt. Komm mal mit jetzt. Schreck mal auf. Habe ich mir doch schon angeguckt alles. Schreck mal auf jetzt. Na ja. Ja, Bruder, was machst du da? Ich will dir was krasses zeigen. Ihr habt doch hier schon Ladenbesitzer gespielt. Und hinten in der Waschanlage war ich auch schon. Da war ja Waschanlage. Hier, ne? Du weißt, was ich meine. Es war so klar, ne? Du bist so ein Hund. Ich fick dich. Ich fick dich, du Hund. Ich komme. Was ist das, Alter? Jetzt fährt er das Auto runter. Meins Auto. Schieß den ab, bitte. Töt den. Töt den. Töt den. Hat der bei mir auch gemacht. Töt den. Töt den einfach. Ey. Stopp. Stopp. Ey, wir haben vor den Medik. Wir haben vor den Medik. Medik. Und jetzt trittst du mich auch? Ja, da liegt der Schmutz. Ja. Ich hab den nicht mal getötet. Das war Pascal. Aber okay, ihr Idioten, Alter. Oh, hau, Bruder. Oh mein Gott. Verdammt. So, lust. Fuck, Alter. Halt. Ich wusste, dass ich eine Mahete in der Hand habe. Und dann, scheiße. Die Junge. Hier kommt noch ganz kurz ein Clip. Simon ist einer, der fuckt immer übertrieben ab. Fährt immer alle Leute rum. Und ich hab ihm gesagt, wenn er das bei mir macht, was er auch gemacht hat, schieß ich mir im Kopf. Und wir werden sehen, was passiert ist. Hey, wem gehört die Kacke hier. Das war's. Das war's. Das war's. Ich weiß nicht.